Die Deutsche Bahn, sie bietet viel, ob IC oder Region. Azubis der Deutschen Bahn haben sich in eigener Initiative Gedanken über die DB als Arbeitgeber gemacht, heißt es in der Beschreibung des Videos auf YouTube. Herausgekommen ist dieses Lied. Das, was euch gefällt, ihr seid offen, nur den Nählen reich. Es ist ganz leicht, lasst uns die Kunden wecken, es gibt so viel zu entdecken. Die Bahn bietet viel, München nach Kiel, von Paris bis nach Prag, man kann fahren den ganzen Tag. Du weißt nicht, wo die Länder liegen, du wirst dich mitkriegen. Macht ihr die Kunden zufrieden, ist die Welt gedient. Aha, so sieht es aus. Nicht nur bei der Bahn bringen Azubis Lieder raus. Nein, es scheint derzeit ein Trend bei jungen Mitarbeitern zu sein, dem Ausbildungsbetrieb in einem Song zu huldigen. Ich muss ehrlich sagen, ich stimme dir zu. Meistens mit Rap. Vielleicht, weil das irgendwie jung klingt oder weil es vermeintlich leicht zu machen ist. Die paar Reime schmieren wir schon noch eben hin, dachte man sich wohl auch bei EWK. Von 0 auf 100 und das kannst du auch schaffen. Du musst nur eine Ausbildung bei EWK machen, yeah. Yeah, benutze deinen Verstand und nimm deine Zukunft selbst in die Hand. Du kannst mit diesem Praktikum den Schritt gehen und mit beiden Augen in die Zukunft ziehen. Bau dir deine Zukunft, auf geh deinen Weg, egal was dir dazwischen steht. T-Pain wäre neidisch gewesen. Das absolute Highlight ist aber der Praktikum-Song von BMW, der schon im Intro unangenehm cool auffällt. Auch so viel Stress im Studium und keine Zeit. Uh, 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 uh. Ist aber verantwortlich. Pussy. Dann doch lieber Praktikum bei BMW. Denn... Hinter BMW steckt ein Unternehmen mit viel Herz. Wir sind individuell und nicht Kommerz. Ob die Videos in Sachen Image nicht eher kontraproduktiv wirken, könnte man mal überlegen. Bei YouTube zumindest gibt es eigentlich immer deutlich mehr Daumen nach unten als nach oben. Egal ob für die Bahn, BMW oder die zahlreichen Trittbrettfahrer dieses zweifelhaften Trends. Steh auf! Werd jetzt aktiv, nimm die Zukunft in die Hand. Du weißt, dass du es kannst. Steh auf! Jetzt oder nie, das ist deine Chance neben grauer Theorie. Steh auf! Siehst du nicht den Sinn? Mit nem Praktikum bei BMW kannst du nur gewinnen. Steh auf! Jetzt oder nie, nimm die Zukunft in die Hand. Wer sagt, dass du's nicht kannst? Das ist dein Willen. Beminist. Wir reden. Ich bekle zurückzur pois Mainz. Dpämpel.